Hallo, ich bin's, euer Raven-Dog-Creep und heute reden wir mal über Pokémon. Heute wieder mal Pokétalk und worum es geht, erfahrt ihr alles nach dem Intro. Es gibt so viele süße, coole und atemberaubende Pokémon. Zum Beispiel eine süße Elektromaus, eine süße Echse, die dann zu einem coolen Drachen wird. Und dann gibt es da noch die totalen Reinfälle. Und darum geht es heute in diesem Video. Hier ein paar Beispiele. Es gibt hier in unserer Pokémon-Welt so viele atemberaubende Pokémon, wie gesagt. Aber dann gibt es auch noch sowas wie einen bekifften Biber, einen kinderentführenden Luftballon oder einen Viech, ein rosenes Viech, das zu dumme Schmerzen zu spüren und wenn es sogar den Schwanz abgerissen bekommt, spielt es nichts. Es macht hier nichts aus. Ich meine, what the fuck! Dann gibt es noch echte Mülltonnen, wie Deponitox. Und ich meine da noch, ja, noch beschissenere Pokémon kann es gar nicht geben. Und dann kommen die Aloha-Formen und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Aber eines davon kriege ich immer noch nicht aus dem Kopf. Ich meine, was ist das bloß für eine grenzdebile Fresse, Snobili-Cuts so zu verunstalten? Was soll der Mist? Aber dann gibt es noch in den ersten Gents so kackten Pokémon, wo man meint, wer hat euch in den Kopf geschissen, Gamefreak? Tangela, das ist ein scheiß Hentai-Pokémon. Es hat Tentakel. Und wo gibt es auch noch Tentakel? Genau, Hentais! Aber dann noch zu 2. Gen. Was ist cool? An der 2. Gen, an den Vogel-Pokémon. Genau. Es ist Noctu. Aber was ist beschissen? Die Vorentwicklung! Ich meine, es sieht aus wie ein scheiß Kuckucksvogel. Der nur Hut, 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 sagen kann. Es sieht nicht mal aus wie eine richtige Eule. Es sieht aus wie eine Missgeburt einer Eule. Aber genug davon. 3. Gen gibt es eigentlich keine Pokémon, die ich scheiße finde, oder? Oder? Naja, doch! Zubiris, lest mal den Pokédex-Eintrag. Das Tee ist fucking gruselig. Und davon nicht genug. Gänger! Soll der Schatten eines Pipis sein? Ich meine, ja, okay, Ähnlichkeiten bestehen, aber... Dennoch, wer denkt sich sowas aus? Der Käse eines Pipis! Oder eines Pixis, eher. Was soll der Mist? Okay, es ist ein geißer Pokémon, aber dennoch! Ich hege mich mal wieder. Viel zu sehr auch darüber. Was gibt es denn noch? 4. Gen. Und es gibt es doch keine Pokémon, die mich nerven. Oder die mir in den Schlaf rauben. Außer vielleicht... Zwirfinst! Ich kenne zwar jetzt nicht wirklich den Pokédex-Seite, weil ich den habe ich mir nicht durchgelesen. Aber das Viech sieht nicht nur ein bisschen creepy aus, sondern auch total beschissen. Zwirklop! Zwir-Licht! Sieht geil aus! Aber... Zwirfinst! Sieht total beschissen aus! Diese Pokémon rauben mir den letzten Nerven! Sie rauben mir sogar den Schlaf! Und nicht, weil sie gruselig sind, sondern nur, weil sie fucking unlogisch und nervig sind! Genau! Das war es eigentlich mit diesem Video. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Haut raus bis der Ende. Ciao! Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jeb. med Nelson consumers. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. online Innovation & Providery keine Ahnung. Du einzudämp hast Böbel und spätisch. Auf 私 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020